Hallo, ich bin Dirk und das ist mein Google Pixel 4 XL Smartphone. Das ist jetzt gut drei Jahre alt und ich merke, wie der Akku langsam schwächer wird. Das ist nach der Zeit soweit nicht ungewöhnlich, aber das wird schon nervig, wenn man jetzt mittags oder nachmittags immer daran denken muss, nochmal nachzuladen, damit der Akku abends noch durchhält. Deshalb will ich den heute austauschen und ihr könnt mir dabei zuschauen. Für den Austausch habe ich Werkzeug und Ersatzteile bei iFixit bestellt. Nein, die haben das Video weder bestellt noch gesponsert, aber da bekomme ich die nötigen Kleinteile und den Originalersatzakku und die Klebestreifen. Zusätzlich wichtig, Isopropylalkohol aus der Apotheke. Wir werden sehen, warum. Das ist das gute Stück, wie quasi alle modernen Handys rundherum verklebt. Durch diesen Kleber muss ich durch. Dazu muss ich ihn anwärmen. Ich verwende hierfür das Wärmekissen EyeOpener von iFixit. Man findet dazu die unterschiedlichsten Meinungen im Internet, aber ich will es zumindest mal probieren. Unsere Mikrowelle ist kaputt, deshalb macht die Heißluftfritteuse heute mal keine Pommes, sondern erwärmt den EyeOpener. Mit 90 Grad Temperatur bin ich auf der sicheren Seite und nach 6 bis 8 Minuten ist das Ding hinreichend warm. Nun also ans Gehäuse. Ich lege den heißen EyeOpener auf die Rückseite und presse ihn mit einem Handtuch geschützt mehrere Minuten fest. Dann den Saugnapf festdrücken und dran ziehen, aber nicht zu doll. Gleichzeitig mit dem Plektrum versuchen, zwischen die Teile zu kommen. Der erste Versuch scheitert, der Kleber ist noch zu stark. Noch mal für ein paar Minuten erwärmen. Insgesamt sind hier so 10 Minuten vergangen. Dann endlich das Plektrum kommt zwischen die Gehäuseteile. Ich ziehe an der kurzen Kante zu beiden Ecken und schneide damit den Klebstoff auf. Mit einem zweiten Plektrum verhindere ich, dass die Naht erneut verklebt. Wäre ja schade. Für die übrigen Kanten nehme ich weitere Plektren. Zu einem Satz gehören schlauerweise immer 6 davon. Anders als in den Anleitungen im Internet beschrieben, muss ich die übrigen Kanten nicht erwärmen. Der Kleber lässt sich mit mäßiger Kraft auch so zerschneiden. Und immer aufpassen, dass man nicht zu tief einschneidet. Im Inneren sind ja diese ganzen kleinen Teilchen. Mit der vierten Kante ist dann alles abgelöst und ich kann das Rückteil aufklappen. Aber Vorsicht, da ist noch das Anschlusskabel. Bevor ich da weitermache, klemme ich erstmal den alten Akku ab. Dessen Anschluss ist hinter einer Klemme, die mit vier unterschiedlichen Schräubchen befestigt ist. Ich parke die Schräubchen auf einer Magnetplatte, was sich als äußerst hilfreich erweist, da sie so weder durcheinander kommen noch verschwinden. Ich kann dann die Abdeckung entfernen und schließlich den Akku abklemmen. Auf die Platinenstecker soll dabei immer seitlich und nie mittig Kraft ausgeübt werden, damit die filigranen Anschlüsse nicht verbiegen. Dasselbe nun mit dem Anschluss vom Rückenteil. Klemme oben drüber abschrauben, diesmal sind die Schräubchen gleich und dann den Stecker hochhebeln. Damit ist das Telefon im Prinzip offen. Aber der Spaß fängt jetzt erst an. Ich habe den Klebstoff zwar aufgeschnitten, aber er klebt immer noch an den Teilen. Auftritt Isopropylalkohol. Ich verteile das Zeug großflächig auf dem Kleber, lasse es einwirken und schabe dann daran herum. Das ist einigermaßen mühselig. Es reift sehr schnell eine Erkenntnis. Ich knibbele mich an den Kanten des Rückenteils entlang. Der Alkohol greift den Lack an, deshalb mache ich das hier hauptsächlich trocken, aber es ist ein mühseliges Geschäft. Und es ist nur die halbe Miete. Auf dem Telefonrahmen ist das Zeug ja auch. Der ist aus Metall, deshalb kommt der Alkohol wieder reichlich zum Einsatz. Im Englischen gibt es das schöne Wort Gunk für dieses Klebstoffzeug und ich finde das einen ausgesprochen passend klingenden Begriff. Durch den Alkohol angelöst, lässt sich der Kleber schließlich einigermaßen vollständig abschaben. Nun kommt der neue Akku erstmals auf die Bühne. In einer der Anleitungen im Internet war der gute Tipp, zu diesem Zeitpunkt kurz zu testen, ob der Akku passt und funktioniert. Das mache ich. Ich klemme den neuen Akku kurz an und schalte das Telefon ein. Es funktioniert. Prima, dann kann ich weitermachen. Neuen Akku wieder abklemmen und den alten ausbauen. Das wird jetzt die nächste Klebstofforgie. Der Akku ist mit sage und schreibe drei Klebstreifen befestigt. Ich schneide das gemeinsame Endstück auf, um die Streifen einzeln herauszuziehen. Theoretisch soll man sie durch konstanten Zug vollständig ablösen können. Praktisch klappt das weder beim ersten, noch beim zweiten, noch beim dritten Streifen. Also wird wieder der Alkohol zum Sanitäter in der Not. Links rein träufeln, rechts rein träufeln. Ich bin da mittlerweile recht hemmungslos. Schon mal mit dem Plektrum an den Akku noch etwas Alk drunter spritzen und noch etwas zur Sicherheit. Und dann gibt der Kleber schließlich nach und der Akku kommt raus. Sogar unbeschädigt. Zurück bleibt jede Menge von dem Klebstoffzeug. Und das ist jetzt noch eine Spur ekliger als das vom Gehäuse. Ich wende das Standardverfahren an. Alkohol in größerer Menge. Abspateln und schließlich abwischen. Die drei Klebstreifen bieten reichlich Fläche zum Austoben. Schließlich bekomme ich den Akkuschacht weitestgehend klebstofffrei. Damit ist sozusagen Halbzeit im Projekt. Jetzt geht es in umgekehrter Reihenfolge an den Zusammenbau. Und das fängt, ich traue mich kaum das zu sagen, wieder mit Klebstoff an. Für den neuen Akku gibt es drei frische Streifen. Die sind von insgesamt drei Plastikfolien umgeben. Ich löse die erste ab und mache Stellproben. Ich will vermeiden, dass der Kleber die Leitung unter dem Akku verklebt. Dann entferne ich die zweite Folie und mache die Klebestreifen zunächst am Akku fest. Ich schließe jetzt den Akku ein weiteres Mal provisorisch an, damit er wirklich korrekt liegt. Dann löse ich die letzte Plastikfolie, sodass die Klebestreifen auch im Gehäuse festkleben können. Ich drücke den Akku fest. Die Streifen sind ein kleines bisschen weiter oben gelandet als im Original-Einbau, aber das ist kein Problem. Damit ist der Akku drin. Ich klemme ihn nochmal kurz ab und wende mich dem Rückenteil zu. Hierfür gibt es als Original-Ersatzteil eine komplett neue Klebeumrandung. Auch die ist in mehrere Plastikfolien gehüllt. Da ich genau einen Versuch für die Anbringung habe, ist bedächtiges Vorgehen angesagt. Der Klebestreifen ist so eingepackt, dass er zunächst auf dem Rückenteil befestigt werden soll. Ich löse dafür die entsprechende Schutzfolie, aber zunächst nur im oberen Bereich. Dann kann ich das Teil in Ruhe unten genau ausrichten, ohne dass alles sofort verklebt. Wenn die Ausrichtung passt, drücke ich ihn erst oben an und dann an den Seiten von oben bis unten fest. So ist der Kleber unfallfrei exakt aufgebracht. Jetzt verbinde ich die Anschlüsse des Rückenteils wieder mit dem Rest vom Gerät. Wieder dran denken, den Stecker zuerst seitlich festpressen, damit er sich korrekt ausrichten kann und nichts verbiegt. Dann muss ich nur noch die Klammer über dem Stecker wieder festschrauben. Das gleiche Spielchen mit dem Akkustecker. Jetzt kann ich ihn endlich final befestigen und die filigrane Halteklammer mit ihren noch filigraneren Schräublein festschrauben. Bevor ich das Rückenteil wieder verklebe, prüfe ich nochmal, ob alles funktioniert. Einschalten geht, einloggen auch und die Kameras teste ich auch noch. Viel mehr geht auch nicht, da der neue Akku momentan bei gerade mal 2% Ladestand ist. Als finalen Schritt verklebe ich jetzt das Rückenteil wieder. Ich habe da bislang die Schutzfolie dran gelassen und entferne sie jetzt. Und hier erkenne ich, dass ich die blaue Folie durchaus schon früher hätte abmachen können, da auf dieser Seite des Klebestreifens noch ein Schutzstreifen angebracht ist. Ich mache den auch ab und kann das Rückenteil aufsetzen und durch intensives Andrücken festkleben. Und damit ist die Operation Akkutausch nach etwa 2 Stunden reiner Arbeitszeit erfolgreich abgeschlossen. Es bleibt vollständiges Aufladen, Entladen bis zum Abschalten und nochmal vollständiges Aufladen, um den neuen Akku zu kalibrieren. Aber derweil kann ich das Gerät schon wieder vollständig nutzen. So, Zeit fürs Fazit. Das Handy geht noch und die Batterie hält jetzt wieder ordentlich durch. Und ich bin froh, dass ich das selber gemacht habe, denn mir bleiben zwei Erkenntnisse. Erstens, eigentlich ist das gar nicht so schwer. Handy auf, alten Akku raus, neuen Akku rein, Handy wieder zu, läuft. Mehr ist es eigentlich nicht. Wenn es nicht, und das ist die zweite Erkenntnis, von den Herstellern so unglaublich schwer gemacht würde. Und damit meine ich gar nicht diese ganzen kleinen Teile, diese Schräublein, diese kleinen Klammern, die da drin sind. So ist das halt bei solchen feinmechanischen Geräten. Mit dem richtigen Werkzeug und ein bisschen Ruhe kriegt man das sicherlich gut hin. Aber dieser Klebstoff, ich meine alleine, um in dieses Gerät reinzukommen. Ich muss es aufwärmen, aber nicht zu viel. Dann muss ich dran ziehen und zuppeln, aber nicht zu doll. Dann muss ich es aufschneiden, aber nicht zu tief rein. Und dann habe ich die Teile und da drauf ist dieser ganze Klebstoff verteilt und den muss ich dann in Isopropylalkohol verertränken, um ihn irgendwie loszuwerden. Und am Ende bleibt dann sowas hier übrig und das sieht eher aus wie aus so einer Werbung für ein Anti-Pickelmittel. Und mit Verlaub, das muss doch nicht sein. Das geht doch auch anders. Es kann mir doch niemand erzählen, dass in so einem Gehäuse nicht Platz für ein paar Schraubgewinde ist, mit denen man so ein Rückenteil einfach festschrauben kann. Dann noch Dichtung außenrum, ohne Klebstoff und alles ist gut. Und das gleiche mit dem Akku. Den kann ich doch auch mit so einer Klammer befestigen, genau wie das bei diesen ganzen Steckverbindern der Fall ist. Das muss ich nicht verkleben. Das einzige, was ich damit erreiche, ist, dass die Leute davon abgehalten werden, ihre Handys selber zu reparieren. Und das heißt dann wiederum, dass solche Handys weggeschmissen werden, obwohl sie vollständig funktionieren und nur der Akku getauscht werden müsste. Das ist Schwachsinn. Insofern hat mir das Angebot von iFixit oder auch vergleichbaren Anbietern schon mal gut gefallen. Da kriege ich die Anleitungen im Internet, da kriege ich die Werkzeuge, da kriege ich die Ersatzteile. Das Ganze wird schnell geliefert. Mit sowas kann man arbeiten. Und insofern endet dieses Video jetzt auch mit einem Appell an euch. Traut euch. Macht es. Nutzt diese Angebote im Internet. Die Anleitungen, die Ersatzteile. Guckt, dass ihr Originalersatzteile kriegt. Gerade wenn es um Akkus geht. Nicht, dass die nach zwei Monaten kaputt gehen und man dann das ganze Verspielchen von vorne anfangen muss. Besorgt euch vor allem diesen Isopropyl-Alkohol. Und zwar am besten das 100%-Zeug, das gute Zeug aus der Apotheke. Damit kriegt man diesen Kleber nämlich auch ab. Und dann repariert einfach. Auch wenn es die Hersteller euch so schwer machen. Am Ende habt ihr dann euer gewohntes Gerät, aber mit neuem Akku, mit langer Laufzeit. Ihr könnt das Gerät weiter nutzen. Ihr habt jede Menge Geld gespart. Und ihr könnt auch noch so einen schicken Aufkleber hinten drauf machen. Und das alleine ist doch ein Ziel. So. Und damit bin ich dann am Ende meines Videos angekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020